Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Marktbericht. Zinshoffnungen treiben den DAX auf Rekordniveau. Die letzten Tage haben dem deutschen Aktienmarkt neue Impulse gegeben, die zu einem bemerkenswerten Anstieg des DAX geführt haben. Zunehmende Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank, EZB, haben dazu beigetragen, dass der Light Index auf ein Rekordniveau gestiegen ist. Insbesondere die Aussagen von führenden EZB-Vertretern in den letzten Wochen haben Anleger ermutigt und ihnen die Zuversicht gegeben, dass eine Lockerung der Geldpolitik bevorstehen könnte. Analysten erklären, dass die positiven wirtschaftlichen Indikatoren, die in den letzten Monaten veröffentlicht wurden, auch eine Schlüsselrolle in der aktuellen Entwicklung spielen. Besonders gute Unternehmensgewinne und eine steigende Industrieproduktion hätten das Vertrauen in die Märkte gestärkt. Zudem habe die leichte Abkühlung der Inflation in der Eurozone Investoren dazu ermutigt, risikoreichere Anlagen zu suchen. Die Zahlen des DAX sprechen für sich. Der Index erklomm vor wenigen Tagen die Marke von 17.000 Punkten, die zuletzt im Jahr 2021 erreicht wurde. Analysten merken an, dass dieses Niveau auch das Resultat des vergleichsweise starken Abschneidens deutscher Unternehmen im internationalen Vergleich ist. Besonders die Automobil- und Technologiebranche hätten mit positiven Nachrichten aufgewartet, was dem gesamten Markt Auftrieb gegeben hat. Investoren zeigen sich optimistisch, dass die EZB bald Maßnahmen ergreifen wird, um die Wirtschaft zu stimulieren. Die jüngsten Kommentare von höchsten EZB-Vertretern, die angedeutet hatten, dass die Zinssätze in naher Zukunft gesenkt werden könnten, haben den Markt zusätzlich beflügelt. Viele Marktbeobachter interpretieren dies als ein deutliches Zeichen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen künftig günstig gestaltet werden könnten, um das Wachstum zu fördern. Außerdem sind die Unsicherheiten rund um die geopolitischen Konflikte in Europa nicht unbemerkt geblieben. Während die Märkte in der Vergangenheit stärker auf diese Risiken reagierten, scheint jetzt eine gewisse Entspannung eingetreten zu sein. Der Markt scheint optimistischer zu sein, was den weiteren Verlauf der geopolitischen Lage anbelangt. Und das hat das Verkäuferverhalten im DAX positiv beeinflusst. Die Beobachtungen aus dem Handelsumfeld zeigen, dass auch ausländische Investoren den deutschen Markt verstärkt ins Auge fassen. Das Vertrauen in die Stabilität der deutschen Wirtschaft und die Möglichkeit attraktiver Renditen sind Faktoren, die das Interesse an Investitionen in hiesige Aktien verstärken. Davon könnten vor allem exportorientierte Unternehmen profitieren, die auf einer international stabilen Nachfrage aufbauen. Insgesamt bleibt die Marktstimmung optimistisch. Experten gehen davon aus, dass der DAX in den kommenden Monaten weiterhin von den positiven Signalen aus der EZB und der wirtschaftlichen Erholung profitieren könnte. Es bleibt abzuwarten, ob und wann die Zentralbank tatsächlich die Zinsen senken wird. Aber die aktuellen Entwicklungen deuten auf einen insgesamt positiven Trend hin, der dem Aktienmarkt mehr Auftrieb geben könnte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Börsianer die Entwicklungen in der Geldpolitik und die positive wirtschaftliche Lage nutzen, um optimistische Kursziele zu setzen. Mit einem Rekordhoch bei über 17.000 Punkten ist der DAX auf einem historisch hohen Niveau angekommen und viele Anleger hoffen, dass dieser Trend anhalten wird. Autor Anita Farke, Donnerstag, 29. August, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören.